In diesem Video springen wir direkt in medias res und beschäftigen uns mit den Funktionsfeldern des Musikunterrichts, wie sie alt im zweiten Abschnitt des Buches genauer darstellt. Mit Funktionsfeldern meint er die vier Handlungsorientierungen, die in der Praxis des Unterrichts seiner Meinung nach wichtig sind. Die vier Begriffe lassen sich logisch gut aus den Überlegungen des ersten Kapitels ableiten, mit denen wir uns im letzten Video beschäftigt haben. Reproduktion, Theorie, Interpretation und Information. Wichtig ist, dass es alt nicht darum geht, allgemein zu bestimmen, welche Handlungsweisen Schülerinnen und Schüler in Musik zeigen können, sondern er hat einen ausgewiesen musikpädagogischen Fokus. Die vier Felder sind diejenigen Aufgabenbereiche, die Lehrkräfte in ihrem Unterricht anleiten und lehren sollen. Indem die Schülerinnen in diesen vier Feldern von den Lehrkräften unterwiesen werden, sollen sie nach und nach die Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangen, um sich in der von Massenmedien geprägten Gesellschaft zu orientieren und zurechtzufinden. Ich werde jetzt zunächst auf die drei Funktionsfelder eingehen, die alt recht kurz in seinem Buch abhandelt. Reproduktion, Theorie und Information. Bei Reproduktion denkt alt vor allen Dingen an künstlerische Wiedergabe des Werkes durch Stimme oder auch Instrument. Wie genau das erreicht werden soll, können Sie in dem Bonuszitat nachhören. Dies kann vom Lehrer nur im Frontalunterricht angeleitet werden, ohne viele ergänzenden Worte und Erklärungen. Anders als heute, zu Zeiten, in denen individuelle Förderung großgeschrieben wird, sagt alt klar, dass das Musizieren kein Ort für individuelle Leistung, für Stufung der Ansprüche ist. Darüber hinaus setzt sich alt ganz klar von der musischen Erziehung ab, indem er vor dem übermäßigen Einsatz von Volkslied, Volkstanz oder Spielmusiken zum usuellen Gebrauch warnt. Immer geht es letztendlich darum, dass die Schülerinnen und Schüler zum Kunstwerk geführt werden. Der Weg dorthin ist für ihn nur ein Nebenziel im Musikunterricht. Wenn man diese Seiten des Buches liest, dann mag man sich aus heutiger Sicht fragen, warum es alt überhaupt so wichtig ist, sich so ausgiebig über das Niveau und die Qualität von Liedgut auszulassen. Zumal er letztendlich gar keine Qualitätskriterien nennt. Aber man muss diesen Abschnitt eben aus historischer Sicht betrachten. Die Zeiten der Jugend- und Wandervogelbewegung waren noch nicht lange her und die musische Erziehung mit all ihren Hoffnungen in musikpädagogische Musik war immer noch nicht komplett verworfen. Für den Bereich der Theorie gilt Ähnliches, wie ich es eben schon sagte. Manche Überlegungen als sind sehr stark durch die von ihm beobachteten Einstellungen der Musikpädagogik bedingt. Zum Beispiel setzt sich Alt in folgender Passage mit dem musikalischen Primitivismus auseinander, den er in der Musikerziehung beobachtet. Das gilt insbesondere für jene Versuche, in diesen Elementarlehrgang auch noch alles Liedsingen einzuspannen, am künstlerisch reduzierten Liedgut das Fortschreiten im Elementarbereich unmittelbar zu exemplifizieren. Diese totale Pädagogisierung der Musik durch eine linear fortschreitende Elementarmethode widerstrebt dem freiheitlichen Moment in der Musik und bedroht die auf Entwicklungsschübe angelegte musikalische Entfaltung des Kindes in der Wurzel. Und offensichtlich bildet heute dieses Spiel mit Tönen und Worten geistig und zeitlich oftmals die Mitte des Musikunterrichts, wobei der spielerische Charakter dieser Übungen einen zielstrebigen Aufstieg von vornherein in Frage stellt und das Ende solcher zeitraubenden Lehrgänge nicht weit entfernt ist von dem musikalischen Niveau, von dem man ausging. Auf der anderen Seite schätzt er durchaus den Wert von Improvisation und Spiel, wenn es denn in Maßen geschieht, an kunstwerklichen Standards orientiert ist und dem eigentlichen Wert von Musiklehre im Unterricht dient, nämlich als Handhabungshilfe für das Singen, Musikhören und dem spekulativen Denken über die Musik. Die musikalische Handwerkslehre, das was wir heute unter Musiktheorie kennen, kann für alt also kein Selbstzweck im Musikunterricht sein. Theorie soll im Musikunterricht der unteren und mittleren Schulstufen vor allem in aufbauenden Schrittenverwendung finden. Für die Oberstufe wünscht sich Alt vielmehr eine angewandte Musikästhetik. Das, was er darunter beschreibt, würden wir heute wohl als propedeutische Zugänge zur Musikwissenschaft und ihren Teildisziplinen definieren. Ich finde es ganz interessant zu sehen, dass Alt an einigen Stellen eigentlich eine recht fortschrittliche Vorstellung von den verschiedenen Teilbereichen der Musikwissenschaft zu haben scheint. Da klingen neben kulturwissenschaftlichen und historischen Zugängen auch Musikästhetik und Musikethnologie durch. Und das finde ich doch sehr beachtlich. Ob man die Fachdisziplin allerdings mehr oder weniger eins zu eins im schulischen Musikunterricht abbilden sollte, das wird heutzutage abgelehnt. Das Stichwort dafür heißt Abbilddidaktik. Kommen wir nun zur Information, dem letzten Funktionsfeld, das Alt nennt. Den pädagogischen Sinn der Information beschreibt Alt als Fundierung des musikalischen Verhaltens durch Gewinnung einer nach wissenschaftlichen Prinzipien geordneten Vorstellungswelt. Diese Information zieht sich für Alt als Unterrichtsprinzip durch alle Schulstufen und Schulformen. Alt beschreibt drei Sachgebiete der Information. Kategorienwissen, also die Beschäftigung mit Gattungen, Erscheinungsformen und Sinnstrukturen im Unterricht. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler ein Ordnungswissen erhalten, um Musik kategorisieren zu können. Als zweites nennt er ein geschichtlich gerichtetes Orientierungswissen, was für ihn bedeutet, dass man auch Kontexte zu den Werken mitvermittelt. Als drittes Sachgebiet nennt er das Funktionswissen. Hier wird es nun interessant. Gemeint sind gesellschaftliche Zusammenhänge der Musik, zum Beispiel wie Musik in bestimmten Kontexten verwendet wird und bestimmte Funktionen erhält. In vielen Abschnitten deutet Alt immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, dass im Musikunterricht nicht nur wenige ausgewählte Bereiche der Musik vorgestellt werden, sondern im Hinblick auf den Realaspekt alle Teilbereiche der Musikunterrichtsinhalte werden können. Auf der anderen Seite blitzt an dieser Stelle wieder als normativ eingeengter Kunstbegriff durch, da er offensichtlich eine Wertpyramide der Musik im Hinterkopf hat, bei der die Konsummusik, die Gemeinschaftsmusik und Tanzmusik eher am unteren Ende stehen. Zur absoluten Musik heißt es dann im Original und oberhalb dieser Pyramide erhebt sich die zweckfreie Kunstmusik. Nun ja, ich würde nicht so weit gehen wie Werner Jank, der in seinen Vorlesungen zur Musikdidaktik sagte, dass Alt sich in die eigene Tasche gelogen hat mit seinen Forderungen nach Offenheit und Wertungsfreiheit im Musikunterricht, wie er sie an anderen Stellen forderte. Aber auf jeden Fall zeigt sich an dieser Stelle, dass Alt hin- und hergerissen ist zwischen verschiedenen, miteinander im Widerspruch stehenden Einstellungen. Einerseits wünscht er sich den Einbezug aller Musik in den Unterricht und sieht auch, dass Schülerinnen und Schüler eben nicht als unbeschriebene Blätter in den Unterricht kommen. Auf der anderen Seite aber vertritt er klar die Position, dass es eine unabhängige Wertqualität von Musik gibt, nach der Unterhaltungsmusik gegenüber absoluter Musik notwendigerweise qualitativ abfallen muss. Dass solche Einstellungen im Kontext von Unterricht hochproblematisch sind, das wissen wir heute. Ich meine, dass das Problem der Wertung aller Musikformen und Stile nach Kriterien der westlichen Kunstmusik bis heute ein spannendes Thema auch für die Unterrichtspraxis ist. Es läuft doch eigentlich immer mehr darauf hinaus, ob nicht doch am Ende des Unterrichts die Schülerinnen und Schüler die gleiche Musik aus den gleichen Gründen mögen oder präferieren sollen wie die Lehrkraft. Trotz dieser ungelösten Widersprüche sehe ich aber im Originaltext durchaus, dass Alt sich bemüht, zumindest den Ansätzen über den Tellerrand der Tradition hinauszuschauen. Da wir nun am Ende dieses Videos angekommen sind, kann ich Sie nur motivieren, selbstständig weiterzurecherchieren. Lesen Sie doch einmal bei Alt selbst nach und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Sind es, wie Werner Young urteilt, tatsächlich nur Alibi-Sätze, wenn Alt Lehrkräfte auffordert, auf autoritäre Wertungen zu verzichten?